Hallo, herzlich willkommen in einer wunderschönen neuen Folge von Twainfever. Ja, weiter geht's. Wie lange ist es her? Wir haben lange gespielt. Und ja, wie sieht es hier aus? Wir haben hier stabile 500.000. Ja, wir werden mal gucken, wo... Alles klar, da haben wir was. Da, ah ja, die Fritzl, Fritzler Ludwig. Ja genau, das war ja die Ludwigsburg. Da geht es ja natürlich weiter und haben... Warte mal, ich muss mal ein bisschen ranziehen, sonst versteht man mich ein bisschen wenig. Und das wäre natürlich nicht so praktisch. Ja, also mal gucken, was haben wir denn hier so? Ludwigsburg. Da machen wir hier am besten hier durch. Und hier und da und da und da und hier hinten nochmal der... Zack, genau. So geht das und da haben wir nämlich schon die erste Route am besten hierher und... Ludwigs... Ach, Ludwigsburg, genau. Ich habe Ludwigsfelde jetzt gerade gelesen. Ähm... Wäre natürlich nicht so gut gewesen. So. Ähm... Zack. Und das nennt sich jetzt Ludwigsburg... Ludwigsburgzentral. Zack. Ähm... Mal gucken... Haben wir hier... Können wir mal machen... Und hier... Dann haben wir nämlich erst mal... Da... 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 Ähm... 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 Hier... Natürlich so ein bisschen... Schwierig... So... So... Da haben wir da... Ähm... 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 Ja... Da haben wir Ludwigsburg... Ähm... Und die Ost-West-Trasse... So... So... Ludwigsburg Ost-West... Ähm... Auf jeden Fall... Ähm... 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 Auf jeden Fall... Ähm... Ja... Sorry, dass ich ein bisschen gutet habe... Aber ich habe mit einem kleinen Frosch im Hals... Ich hätte noch abdrehen müssen... Aber... Ludwigsburg... W... Ost-West... So... Und... Dann sehe ich hier noch eine ganz starke Linie... Die kann von hier... Über... Da... Hier hinten rum... Also so einen äußeren Ring machen... Das ähm... Wäre auch ganz gut... Machen wir nämlich auch gleich... Ähm... Ähm... Na komm... So... Ja... Der äußere Ring... Der... Funktioniert natürlich auch so gut... Kollision... 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 Gut... Muss man halt... Den äußeren Ring nehmen... Geht natürlich nicht anders... Dann gehen wir hier lang... Da lang... Hier lang... Hier lang... Hier lang... Hier... Da... 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 Hier... 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 Da... 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 Dort... Dort... Und dahin... Da... Ja... Ja... Okay... Dann machen wir... Äh... Die Neuner... Dann nehmen wir die Neuner... Würde ich sagen... Hä... Ja... Oder der Achter... Ah... Komm... Meck... Ähm... 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... Hauen erst mal das auf den Ring... Mit 63... Äh... Ja... Wollte ich mal sagen... Ähm... Haben wir noch 2 auf den Ring drauf... 49... Gut... Good... Good Wingsburg Zentralen... Nehmen wir die hier... Gut... Jetzt fehlt das Geld... Das war nicht... Irgendwo klar... Ähm... 7000... Kostet das Ding... Äh... Äh... Okay... Hier haben wir mal... Minus... Plus... Minus... Oh yeah... Oh yeah... Kesselwagen... Immer wieder gut... Mal gucken... Ob man das hinkriegen... So... Wingsburg Ring... Müsste... Plus... Machen... Weißt du was... Schau dich jetzt auf den Zentralen... Ist mir jetzt sowas von... Burscht... Hauptsache... Wir kriegen jetzt noch ein bisschen... Äh... Bild rein... Nämlich nicht zu verachten... Dann war nur sichtbar... Drei Minuten ist natürlich ein bisschen... Arg wenig... Äh... Komm... Wir nehmen mal ein bisschen was... Äh... Zentral... 70... Komm... Eine noch... 60... Ja... Wurde... 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 Hinhauen... Ähm... Und hier die Ost-West-Strecke... Müsste auch hinhauen... Jetzt... Ja... Jetzt müsste das ein bisschen anlaufen... Hoffentlich... Weil... Wie gesagt... Mal ja... Kopieren... In den Bahnhof... Bitte... Ohne das geht schlecht... Guuuut... Alles klar... Gut... Dann werden wir mal gucken... Ob wir den Zug noch hinbringen... Könnten... Züge... Boah... Ludwigsburg... Ey... Da brauchen wir echt... Äh... Eine mit Dampf... Jahrhundert... 1,1 Millionen... Boah... Das ist schon mal... Hab ich... Hab ich... Hab ich... Hab ich... Oder nehmen wir die 560er... Da kann man dann erstmal anfüttern... Und dann umsteigen... Die 80er... Weil die Mikado... Die können... Die... Können... Das ziehen... Warte... Warte... Da wird's doch der Mikado vorziehen... Oh... Oh... Yeah... Oh... Yeah... Was kommt jetzt... Eine... BR 78... Okay... BR 78... Mal öffnen... Nochmal neu... Ja... Ja... Züge kaufen... BR 78... Ja... Ich nehme die BR 78... Gut, dass der Zug jetzt gerade genau in dem Moment kam... Äh... Ist natürlich... Äh... Wahnsinnig... Wir leihen jetzt einfach mal... Und... Setzen... Abteilwagen... 1... 2... 3... 4... 5... 6... Klonen das... Na gut... Kann man nicht klonen... Bitte einmal klonen... Bitte... Ah... Nicht genug Geld... Na gut... Dann weisen wir deshalb... Da liegen Fritzlaline zu... Natürlich fahren wir auch mit der mit... Und... Gucken gleich mal nach... Da war ja eine Straßenbahn alt... Oh... Da sind jede Menge alt... Äh... Oh... Schatz... Äh... Was fährt da rum? Achja... Was waren doch... Die Max... Die 9er... Die 10er... Würde ich doch sagen... Hm... Müsste doch hin hauen... Auf jeden Fall... Ja... Gut... Alles klar... Wenn ihr was gehört habt... Das Wasser fließt... Meine Frau... Die macht gerade Essen... Obwohl sie... Obwohl sie weißes... Aufnehmen... Na gut... Ähm... Gut... Dann... Ich bitte das zu... Unentschuldigen... Macht eigentlich sonst nie... Aber heute mal... Gut... Ansonsten... Ja... Gut... Mal gucken... Ob der Zug das auch wirklich... Das zu... Das ist das richtig... Ja... Ich weiß auch nicht warum... Warum... Jetzt gerade... Jetzt gerade kommen wieder die Frame-Entbrüche... Nach genau einer Viertelstunde... Und ich weiß auch nicht warum... Ich glaube ich den Frips auch nicht mehr... Für... Ähm... Oder das liegt einfach nur an dem blöden Beta... Äh... An dem Grafiktreiber... Werde ich mal gucken... Gut... Da wollte ich sagen... Da die Fotostunde auch schon voll ist... Und ein bisschen rumleckt... Wie Sau... Ich bedanke mich für's Zuschauen... Wenn es euch gefallen hat... Dann gebt einen Daumen nach oben... Und wir sehen uns zur nächsten Folge... Und ich sage... Tschüss... Ciao... Und auf Wiedersehen... Bye-bye...